In El Chalten befindet sich eine Kapelle. Diese ist dem Tiroler Bergsteiger Toni Egger gewidmet. Der Fitzroy war bestiegen, aber nicht der Cerro Torre. Die Felsnadel des Cerro Torre galt als unbesteigbar. Der zu seiner Zeit beste Eiskletterer Toni Egger wählte mit seinem Kameraden Cesare Maestri zur Erstbesteigung die mit Eis überzogene Nordwand und beide erreichten über sie am 30. Januar 1959 den Gipfel. Mit dem Erreichen des Gipfels zog eine Warmfront auf und ließ die Eisflächen der Aufstiegsroute abbrechen. Der tagelange Abstieg wurde zum Überlebenskampf, den Toni Egger mit dem Leben bezahlte. Die Erstbesteigung des Cerro Torre wurde zum Mythos. Die Erstbesteigung des Yearlinge des Cerro Torre Untertitelung des ZDF, 2020 Weitere Besteigungsversuche scheiterten. Cesare Maestris Schilderung der Erstbegehung wurde mehr und mehr angezweifelt. Elf Jahre später, 1970, kam Cesare Maestri zurück. Er setzte mit Hilfe eines Kompressors unter den Bohrhaken. Er erreichte das Schneefeld oberhalb der glatten Wand. Den 50 Meter hohen Eispilz erstieg er nicht. Für ihn war somit der Berg bestiegen. Nicht aber für die vier italienischen Bergsteiger, die im Jahre 1974 den Eispilz erkletterten und die dann auch die ersten anerkannten Cerro Torbe-Steiger wurden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020